Mein Name ist Peter Christian Feigl, ich bin der musikalische Leiter von Follies. Mein allererstes Stück hier war Passion von Stephen Sondheim, was an manchen Stellen, auf die wir vielleicht später noch kommen, eine gewisse Ähnlichkeit hat. Follies ist insgesamt viel showmäßiger und hat sehr viel mehr mit Revue-Musik zu tun. Es geht ganz viel um Erinnerungen auch der Darsteller auf der Bühne. Jede von den berühmten Sängerinnen und Tänzerinnen, die wir dort kennenlernen, steht für eine bestimmte Epoche, für ein bestimmtes Jahr. Das heißt, wir hören immer wieder Klänge und Stilistiken, die uns in bestimmte Epochen und Zeiten zurückversetzen. Die älteste Kopie oder das älteste Stück, was zitiert wird, ist fast ein Le Haar-Stil. Und dieses Stück hat der Komponist Stephen Sondheim zuerst komponiert, weil es von seiner Jetzt-Zeit am meisten entfernt war. Wie wir finden, hat er das toll getroffen. Wir führen euch das jetzt mal vor. Follies ab 2. November in der Staatsoperette Dresden. 2. November in der Staatsoperette Dresden.